Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen heute mit dem Film Petting statt Pershing. Diesen Film durfte ich mir glücklicherweise zu Hause im Stream angucken und die liebe Schlogger war so nett für uns in die Presseverführung zu gehen. Wir beiden Hübschen haben uns hingesetzt und diesen Film besprochen und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass die Schlogger mich dabei enorm unterstützt hat, denn das ist ein Film, wo ich als alter weißer Mann gar nicht in die Scheiße greifen muss, wenn ich über diesen Film spreche, denn es geht um viele Themen, die unter anderem eben auch Gleichberechtigung von Mann und Frau, Selbstbestimmung, sexuelle Orientierung, letztlich eben einfach so der Wandel der Zeit, Emanzipation und ähnliche Themen, ja einfach thematisiert und so spannend ich das finde und so viel vielleicht auch interessante Sachen ich dazu sagen konnte, letztlich ist es die Schlogger, die mir hier den Arsch gerettet hat und dem Ganzen noch einen Blickwinkel verliehen hat, der unsere Besprechung gut getan hat, die ganzen dreckigen Details dieser Besprechung müsst ihr schon selbst hören und jetzt hier im Anschluss genau diesem Doppel lauschen. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Synonyms und Synonyms war ein Triple von Stu, Eva und Andi. Die drei haben sich den Stream gegeben, der uns zur Verfügung gestellt worden ist und haben diesen Film ausgiebig besprochen, der einen sehr interessanten Trailer hat. Ich glaube, das ist sowas, wo man länger drüber reden kann, wie die Besprechung geworden ist, müsst ihr aber schon selbst hören und jetzt hier im Anschluss einfach mal lauschen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Dragged Across Concrete, von dem hört man an allen Ecken und Kanten wahnsinnig viel, der soll ja wirklich ganz hervorragend geworden sein. Ob das denn wirklich so ist und wie die Besprechung dazu ausgefallen ist, müsst ihr hören, wenn ihr in das Doppel von Stu und dem lieben Michael reinhört. Der Michael ist einer von den neuen Kollegen, da gibt es ja immer wieder neue, das ist ja hier so ein Ding bei uns, ne. Wir holen ständig Leute mit ins Boot, von denen wir wollen, dass sie mit uns über Filme sprechen und der Michael hat es hier an der Stelle getan. Stu und Michael haben beide, unabhängig voneinander und glaube ich auch privat, also ich habe da jetzt nicht groß viel beigetragen, diesen Film geschaut und ich bin doch sehr gespannt, wie die Besprechung von den beiden geworden ist. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen zu Petting statt Pershing, Synonyms und Dragged Across Concrete. Ich freue mich auf euren Feedback auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich darauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also eben bei Apple Podcast, bei Fit, bei Podcast.de, bei Google, bei Facebook. Und hast du nicht gesehen, mach das bitte mal, das ist gut für den Tele-Stammtisch. Ich muss es hier ständig wiederholen, aber wenn man das nicht tut, dann vergisst man das schnell mal. Und deswegen, ja, fühlt euch einfach mal genötigt, uns zu bewerten. Das ist voll nett und so, ne, wisst ihr Bescheid. Nun gut, jetzt lasst es mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das werden wir erfahren, unter anderem im Gespräch mit der lieben Yoshi aka Schlogger. Moin. Hallo, moin, moin, aus Hamburg. Guten Tag. Du warst mit deiner Mama im Kino, ne? Jetzt mal ehrlich, wie fremdschämig war denn das für dich? Also es war tatsächlich gar nicht fremdschämig, weil meine Mutter offen ist und weil der Film da dann doch nicht so explizit ist. Aber da werden wir dann auch drauf eingehen wahrscheinlich. Ja, so richtig mega explizit ist er nicht, ne. Ich habe im Vorgespräch, beziehungsweise in dem, was wir schon miteinander geschrieben hatten, gesagt, dass ich ganz froh bin, dass du auch dabei bist jetzt hier bei der Besprechung und da vielleicht dann eben auch einfach mal Blickwinkel und Perspektiven auf diesen Film wirfst, die ich jetzt vielleicht einfach gar nicht mitbringen kann. Könntest du dir vorstellen, dass es hier echt drauf ankommt, wer den Film sieht und wie der Film dann auch wahrgenommen wird? Also es könnte insofern drauf ankommen, als dass der Film in den 80ern spielt und sozusagen, das ist die Zeit, in der der Kalte Krieg herrscht. Und wir haben so Nachwellen der 68er-Bewegung, die ist aber in diesem Provinzdorf, in dem der Film spielt, noch nicht so wirklich angekommen. Daher ist es wahrscheinlich als Zielgruppe am besten, wenn wir Leute haben, die in der Zeit auch aufgewachsen sind. Also die Hauptfigur ist 17 Jahre alt. Ich war mit meiner Mutter im Film. Die war zu der Zeit ungefähr 22, 23. Und sie meinte, ja, so war die Zeit da wirklich. Also für solche Leute ist es wahrscheinlich die beste Zielgruppe. Ansonsten würde ich sagen, es ist halt eine deutsche Komödie, wenn man das so runterhauen möchte. Ja, durchaus. Willst du versuchen, den Inhalt wiederzugeben oder soll ich einfach mal die paar Zeilen aus der Pressemail vorlesen? Ich kann es ja gern versuchen und du ergänzt das dann professionell mit der Pressemail. Megageil. Also es geht um die 17-jährige Ursula, die eben in diesem namenlosen Kaff in Deutschland wohnt. Wie gesagt, in den 1985 spielt der. Und sie ist ein sehr kluges Mädchen. Es entspricht nicht den Schönheitsstandards. Also sie ist ein bisschen dicker. Und sie möchte unbedingt sexuelle Befreiung erleben. Und lebt aber in einem Umfeld, dass erstens ihren Intellekt, gut, dass ich bei dem Wort so schön stolpere, ihren Intellekt nicht, mit dem nicht klarkommt und der auch sonst relativ spießig ist. Also die 68er-Bewegung ist da auf jeden Fall noch nicht angekommen. Eine junge Frau gefangen in einem moralischen und vielleicht auch einem Wertedilemma, die ist überhaupt schon ziemlich so aufgeklärt. Zumindest wirkt es so, als wäre sie jetzt genauso an dem Punkt, wo man letztlich so von, sag ich mal, so einer modernen jungen Frau sprechen kann. Ja. Und man sieht auch, in ihrem Umfeld ist auch einiges nicht so ganz modern angekommen und es scheint sie auch alles wahrzunehmen, was im Umfeld so schiefläuft sozusagen. Ja. Und da kommt ja dann dieser neue Lehrer mit in die Schule. Der, wie heißt er? Siegfried. Der Siegfried Grimm. Der sexy, sexy Frauenversteher. Den echt irgendwie alle total geil finden. Also wirklich alle total geil finden. Vielleicht die Oma nicht unbedingt, aber ansonsten ist das jemand, der diese Polyamorie heißt es, glaube ich, wird es ausgebrochen, keine Ahnung, voll und ganz praktiziert, der damit auch ganz gut zurechtzukommen scheint. Nur die Frauen in seiner Umgebung, die verzweifeln im Teil zumindest irgendwie daran, weil die merken, dass die von ihm nicht unbedingt das kriegen, was sie wollen. Der hat also was mit Kolleginnen, der hat was mit, ja eben auch Protagonisten des Films und der hat, glaube ich, selbst in der WG, in der er wohnt, auch irgendwie sowas wie eine Freundin. Das wird mir jetzt gar nicht so klar. Dann hat er natürlich viele, viele One-Night-Stands und Affären und musste scheinbar auch aus genau diesem Grund von dort, wo er herkommt, irgendwie auch weg. Wahrscheinlich hat er sich einen schlechten Ruf gemacht. Genau, er wurde zwangsversetzt, der Lehrer. Und er ist, also hier in der Presse, aber hier steht auch, er ist ein attraktiver Links-Alternativer. Also er ist auf jeden Fall natürlich sehr links, lebt auch in dieser WG auf dem Land eben. Und es ist ja auch nicht so, dass er den Frauen was vorspielt. Er sagt immer, ich möchte diese Freiheit mir bewahren in einer offenen Zweierbeziehung, obwohl es bei ihm wahrscheinlich eher eine offene, Alles-Beziehung ist. Also es ist nicht so, dass er sagt, es gibt nur dich, aber er sagt halt, wie es die typische 68er war, Liebe für alle und warum sollen wir uns denn in unserer Freiheit begrenzen sozusagen. Ja, ist eigentlich cool. Es gibt dann den Moment, wo Ursula ihm die Liebe gesteht, ich liebe dich. Und er antwortet dann natürlich auch drauf, ja, ich liebe dich auch. Aber er meint das nicht so, wie man das jetzt vielleicht so, sag ich mal, im jetzigen Alltag ganz klassisch meint, sondern letztlich, dass er alle Menschen liebt, alle Frauen liebt und er will auch von allen Frauen geliebt werden. Für ihn ist es nicht so eine einseitige oder nur auf eine Person gerichtete Sache. Genau, also für das, ich liebe dich, was er sagt, ist für ihn ein ganz anderes, nämlich das aus der 68er. Und für die Frauen in diesem Kaff, die eben so verklemmt sind teilweise, ist es so eine befreiende, andere, romantische Wirkung, dass er damit halt ziemlich viele Herzen erobert zunächst. Das ist eigentlich faszinierend. Ich kann mich nur ganz schwer in diese Zeit hineinversetzen. Du hattest da ja glücklicherweise eben, ja, deine Mutter, die dir da so ein bisschen was erzählen konnte. Aber den Eindruck hatte ich auch, spätestens als dann auch noch die zweite Kollegin bei ihm vor der Tür steht und ihn besser kennenlernen möchte, die Frauen scheinen da alle auf irgendwas gewartet zu haben. Irgendeine fehlende Befriedigung, jetzt nicht mal nur in sexueller Hinsicht, sondern einfach nur in emotionaler vielleicht schon, die scheinen alle irgendwo da in ihrem kleinen Dorf ein bisschen ab vom Schuss zu leben, so ein bisschen vor sich hin. Aber so dieser auch emotionale Befreiungsschlag, auf den warten die scheinbar wirklich alle, egal wie alt die sind. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Männer, dass es eher anerkannt war, dass Männer fremdgegangen sind, damals schon. Und das ist für Frauen aber noch trotz der 68er-Bewegung dann eben noch unbekannter war. Und dass es eben dieser Befreiungsschlag, jetzt nicht, dass allen erlaubt wurde, fremdzugehen, aber dass überhaupt die Möglichkeit aufgeräumt wurde, wir müssen nicht unser ganzes Leben lang mit einem und demselben Partner zusammen sein. Und wo du angesprochen hast, dass ich mit meiner Mutter drin war, sie hat tatsächlich gesagt, genau so einen gab es bei ihr in ihrem Freundeskreis auch. Also es ist nicht eine überschwitzte Figur, sondern die gab es wirklich genau so, diese Person. Für dich jetzt als jemand, der das eben aus der Neuzeit sieht, wie fandest du denn diese kurze Nacktszene? Also ich persönlich muss sagen, ich fand die ein bisschen, was heißt unnötig, fand ich die einfach. fandest du das gut? Da hat es vielleicht die Figur noch ein bisschen unterstützt? Wie wirkte das auf dich? Du meinst, als Ursula auf den Hof kommt und er dann kurz in voller Pracht zu sein ist? Genau, ja. Das passt doch gut zu seiner Einstellung als dieser 68er. Also das ist eben die FKK-Kultur. Das hat da gut zu gepasst, ja. Ja, natürlich ist das jemand, der sich auch zeigen kann. So ist es nicht. Aber ich versuche, ich bin da immer irritiert. Insofern hast du halt einfach mal recht, dass das ihn auch als Charakter ein bisschen unterschreibt oder eben unterstreicht. Wenn ich das gewesen wäre, ich hätte mir zack den Bademantel dann irgendwie über mich drüber gebrochen. Ach so. Aber er selbst hat das ja gar nicht, dass er dann kurz irgendwie einfach ignoriert quasi, dass sie ihn jetzt gesehen hat. Ja, das stellt ja kurz schön auch diese Schamgefühle gegenüber. Diese eine Generation empfindet noch total viel Scham und die andere hat einfach dieses Scham überwunden, vielleicht auch schon in die extreme andere Richtung. Mhm. Dann haben wir ja noch den Vater von der Ursula, der Helmut. Ist übrigens ganz spannend. Wir wissen nicht so genau. Es gibt hier scheinbar oder gab hier noch scheinbar einen zweiten Titel. Es ist aus Helmut und das ist so ein bisschen auch die Ausgangssituation, dass es da wohl im Hause Meier ein bisschen kriselt, der gespielt wird von Thorsten Merten, der liebe Helmut. Der Thorsten, also beziehungsweise eben die Figur des Helmut, das ist ja ein Arzt, der scheinbar viel arbeitet und irgendwie auch immer noch damit zu tun hat, dass sein Vater wohl im Krieg war, das ganz faszinierend, weil das natürlich auch ein gutes Beispiel von einem Zeitzeugnis ist. Wir wissen bis zum Schluss nicht genau, was der Großvater, der über weite Teile des Films eine größere Rolle spielt, eigentlich im Zweiten Weltkrieg getan hat. Wir können es nur vermuten und vieles wird so angedeutet und letztlich ist es dem Sohn aber super unangenehm und er überspielt das alles so. Als wäre das letztlich eine Form von Senilität, wenn er irgendwelche, sagen wir mal, rebellischeren Antworten gibt oder versucht so ein bisschen vom Krieg zu erzählen und eben auch die schlechten Seiten des Kriegs darzustellen. Wie hast du das denn interpretiert? Also das war ja auch irgendwie, um darzustellen, dass die Ursula, also die 17-jährige Protagonistin, dass die sehr klug und aufgeschlossen ist, weil wir auf der einen Seite die Eltern haben, die immer dieses Verweigern, nee, der ist Senil, was der erzählt und sie fragt aber immer nach, sehr oft im Film, was war denn im Krieg? Erzähl doch mal vom Krieg, was war denn da? Und dieses, dass es nicht ganz klar ist, was er da gemacht hat, würde ich glaube ich nicht so unterschreiben, weil es ja eine gegen Ende eine Szene mit ihm gibt, in der er ein recht eindeutiges Aussehen mit sich bringt, würde ich so sagen. Meinst du, er war ein krasser Nazi? Also er hat ja, wenn wir das so sagen können, er trägt ja eine Uniform am Ende. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, also er liegt da in dieser Pose, was ich übrigens sehr lustig fand, also das haben die irgendwie sehr gut hingekriegt, das war jetzt nicht übertrieben, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sowas tatsächlich passieren kann. Da musste ich auch schmunzeln und er hat dann eben, er hat sich diese Uniform angezogen, ja, er hatte eine an, da war so ein Hakenkreuz, so ein Fake-Hakenkreuz, dieses Kreuz da war am Revers. Ach ja gut, okay, na gut, dann ist es wahrscheinlich doch recht eindeutig. Ich habe da vielleicht mehr Gutes im Menschen gesehen, als da war. Alles klar. Das spricht doch auch für dich. Hm, wahrscheinlich. Das war natürlich so mit die wichtigste Frage, wir können hier noch eine ganze Menge anderer Leute durchgehen, es gibt noch die Mütter, es gibt noch andere Lehrer, es gibt noch Freundinnen, wen davon würdest du dir denn vielleicht noch rauspicken oder denkst du, das waren jetzt die wichtigsten? Ja, also es waren schon die wichtigsten, wir können noch kurz, es gibt halt so Klischeefiguren, sie steht natürlich auf den sexy Badass Boy an der Schule, sie hat eine beste Freundin, die total, im Gegensatz zu ihr, total stylisch und modern ist, die aber irgendwie auch am Anfang ihre Feinde, also so wirkt, es war ein bisschen schammig erklärt am Anfang, die Figuren gibt es natürlich, ja, und sonst, glaube ich, sind da keine relevanten Figuren, die man jetzt erwähnen sollte. Mhm. Schön finde ich generell, wie man das vom Setting her alles umgesetzt hat, also man hat einfach, das ist einfach glaubhaft, die Zeit, in der es spielt, ist glaubhaft, wir haben nicht natürlich nur das ein oder andere alte Auto, wir haben einfach auch Einrichtungen, wir haben Klamotten, wir haben eine alte Schule, wobei bei der Schule kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen, die sehen heute wie damals aus, aber das fand ich irgendwie ganz cool, das war einfach komplett glaubhaft, dass es in den 80ern spielt. Wurde eigentlich mal gesagt, in welcher Region Deutschlands? Also in irgendeiner Mitteilung habe ich gelesen, es spielt in Hessen und das Nummernschild habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist so in der Mitte Deutschlands, also Orte, die erwähnt wurden im Film, die mir jetzt auch nicht einfallen waren, nicht so weit weg, also ich glaube, Paderborn wurde mal erwähnt oder so, also relativ in der Mitte Deutschlands, auf jeden Fall in der BRD aber. Mhm. Okay. Und zu dem, was wir gerade hatten mit dem Opa, die Regisseurin Petra Luschow, das ist ihr erster Langfilm, Petting statt Pershing, und die hat vorher einen Kurzfilm gemacht, der 13 Minuten lang ist, der hieß Der kleine Nazi, der auch Preise gewonnen hat und da geht es eben auch darum, es spielt dann ein Weihnachtsfest und die Oma lässt dann zu dem Weihnachtsfest die Nazi-Weihnachtszeit wieder aufleben, obwohl ein Besuch aus Israel ansteht und wir diese Dinge dann aufeinander brechen, das ist dann, um das geht es in dem Kurzfilm, und der kleine Nazi, das heißt, das ist ein Thema, mit dem die Regisseurin sowieso schon gearbeitet hat, anscheinend. Ja, der hat wohl, wie du sagst, wohl auch einige Auszeichnungen bekommen, finde ich großartig, ich habe keine Ahnung, ob wir den Blindlings empfehlen sollten oder nicht, aber so eine Auszeichnung ist ja immer so ein Indiz. Weißt du, was ich mich gefragt habe und das habe ich hier auch mal gegoogelt und ich habe jetzt einen Interpretationsansatz und zwar geht es mir um den Titel. Der ist ja letztlich Petting statt Pershing. Petting kannte ich vom Begriff her, aber Pershing hatte ich echt noch nie gehört und habe da, hattest du Pershing schon mal gehört vorher? Sagt dir das was? Tatsächlich auch nicht. Ich habe dann meine Mutter gefragt und sie hat die Frage beantwortet, als würde man das selbstverständlich wissen, wenn man zu der Zeit gelebt hat. Okay, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, ich habe Pershing gegoogelt und das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist, dass es sich um eine US-Rakete während des Kalten Krieges handelte oder es ein US-Kampfpanzer ist oder es gibt einen State Pershing, der ein Sportstadion, nee, das ist ein Sportstadion in Paris und es gibt noch eine Marke für Hochleistung. Darum geht es. Also am ehesten hatte ich jetzt noch dieses Raketen-Ding gesehen und so, aber... Also ja, ich weiß ja, warum es geht. Petting ist auf... Wir haben ja Petting statt Pershing, das war ein Schlachtruf, der sieht man auch im Film auf einer Banderole getragen wurde in Demos gegen den Kalten Krieg. Petting ist ja offensichtlich, wenn man an sich rumfummelt, ohne Eindringen zu haben beim Sex, jetzt ganz romantisch formuliert und Pershing war die Station oder ist die Station, das weiß ich nicht genau, in der während des Kalten Krieges die Atomraketen der USA in Deutschland stationiert waren. Also es ging, die sind nicht nur in den USA, es ging nicht nur um Atomraketen, die aus den USA nach Russland geschossen wurden, sondern die waren tatsächlich in Deutschland auch teilweise stationiert und dagegen wurde natürlich demonstriert. Also Pershing ist quasi ein Ort? Ein Ort, genau. Oder wie du sagst, wenn du gegoogelt hast, dass so die Rakete hieß, vielleicht wurde dann der Ort gleichnamig wie die Rakete stellvertretend bezeichnet. Es ging auf jeden Fall darum, dass wirklich in Deutschland die Atomraketen stationiert waren, also Deutschland quasi so gesehen Mittäter am Kalten Krieg war. Aber wir haben doch bis heute Atomraketen in Deutschland. Genau. Und wie heißt das? Das heißt Rammstein, oder? Zum Beispiel, ja. Ob da jetzt Raketen sind, weiß ich gar nicht, oder ob das bloß dieser Luftwaffenstützpunkt ist zur Organisation. Aber Raketen und insbesondere Atomraketen haben wir meines Wissens irgendwo in Deutschland schon. Ich weiß nicht genau wo, aber schon mehr als genug. Auch für Amerika. Ja, ja, genau. Ja, allein die Tatsache ist ja schon schlimm genug. Wollen wir es hier mal nicht weiter kommentieren, wir sind uns da glaube ich ziemlich einig. Wir werden jetzt ein politischer Podcast durchführen. Es ist nur ungefähr 10 Prozent Ahnung von, ich sage 0,1 Prozent Ahnung von irgendwas, das zu diesem Thema relevant wäre. Das dann also mal als Interpretationsansatz zu Petting statt Pershing und dem Titel, der offensichtlich nicht Es ist aus, Helmut, lautet. Jo, dann haben wir hier eine ganze Menge Sachen besprochen. Und wenn du möchtest, könnten wir jetzt eigentlich nicht zu unseren Fazits kommen, oder? Ja, können wir gerne machen. Sehr gut. Ich drängel mich einfach knallhart vor, weil ich glaube, dass du noch viel mehr Inhalt beitragen kannst. Der Film selber hat mir gefallen. Wir haben tolle Charaktere, die sind im Grunde nach glaubhaft geschrieben und ich finde es ganz schön, dass man hier einfach mal ein Aufeinandertreffen von wirklich zwei unterschiedlichen, sage ich mal, Arten von Mensch hat. Also dieser, heute könnte man sagen, und ich meine das im positiven Sinne, als überspitzte Formulierung, linksgrün versiffte. Auf der einen Seite, die Müsleys, genau. Zu denen ich mich in einem gewissen Rahmen übrigens auch zähle, nun mal so am Rande. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die sehr konservativen, wertebewussten, guten, alteingesessenen Deutschen, die auch ein ganz klassisches Frauenbild haben und auch ganz klar wissen, wie so eine Ehe zu funktionieren hat. Und wer sich da hier bei der Ehe überhaupt einen Zeitensprung erlauben darf und wer eben nicht. das Aufeinandertreffen fand ich gut gespielt, interessant in einem gewissen Rahmen auch, weil das einfach eine Zeit ist, mit der ich überhaupt keinen Kontakt habe. Also ich komme ja, ich bin ja im Osten geboren und da war eh alles nicht ganz so verkrampft wahrscheinlich, wie das in den alten Bundesländern der Fall gewesen ist. Insofern ist es für mich mal ein ganz interessanter Einblick gewesen und ja, fand die Charaktere toll, fand vieles an dem Film toll, den kann man echt gern mal so laufen lassen, gern für einen schönen Abend auch mal zu zweit, irgendwie abends. Einen Kinobesuch, finde ich, muss man dafür nicht unbedingt machen, denn letztlich ist da, also ich weiß nicht, ob da in dem Film irgendwelche Bilder gewesen sind oder irgendwas soundtechnisch, das so emotional krass war, dass es jetzt einen Kinobesuch lohnen würde, aber wie gesagt, für zu Hause ist der super cool. Wer eben auch Eltern hat, ich glaube, das war eine richtig gute Idee von dir, den mit deiner Mutter zu sehen. Wer Leute aus der Zeit hat, der könnte sich da auf jeden Fall auch echt wohlfühlen und insofern kann ich, weil es hier und da echt auch mal ganz lustig und sogar ein bisschen überraschend war, gut gemeinte vier von fünf Punkten geben und ich denke, das war es dann von meiner Seite aus. Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir war es so, es war ein guter deutscher Film, auch interessant erzählt. Der Film fängt ja an mit, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir sehen, wie eine vermummte Figur, das dann Ursula ist, stellt sich schnell heraus, eine Person in einem Sack über einen Acker zieht. So fängt der Film an. Dass man sich schon fragt, huch, was ist denn da passiert? Was hat denn das mit dem Film, deren Inhaltsangabe ich gelesen habe, zu tun? Das war schon relativ spannend. Ansonsten, ja, die Figuren sind gut geschrieben, es gibt schöne Szenen, die zu der Zeit gut passen, zu der ich ja auch nicht so viel Verbindung habe, bis auf meine Mutter eben, die mir dann danach gesagt hat, ja, genau so war es. Aber ich fand, der Film, teilweise war er sehr flickwerkig. Also ich habe das Gefühl, dass der Schnitt da ein bisschen was versaut hat, wie auch immer die Regisseurin damit reingesprochen hat, dass manche Szenen aneinander gereiht waren, die so in der Reihenfolge für mich keinen Sinn ergeben haben. Also jetzt als Beispiel, wir sehen, dass Ursula etwas lernt, als sie auf dem Hof steht und sieht, wie viele Männer jetzt Siegfried Grimm, ja wie viele Frauen, oh Gott, wie viele Frauen Siegfried Grimm eigentlich beglückt und dann bedrängt sie sich ja auch sozusagen, man denkt, sie hat es jetzt gelernt und dann kommt aber nochmal eine Szene, in der sie es nochmal, in Anführungsstrichen, lernt, als hätte es die Szenen davor nicht gegeben. Und so waren dann manche Sachen, die mich ein bisschen verwirrt haben, also die erzähltechnisch für mich schnitttechnisch nicht funktioniert haben. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film, von der Erzählweise her. Meine Mutter fand ihn aber sehr gut und sie ist ja wahrscheinlich da die bessere Aussagekraft. Dazu sei auch anzumerken, im Abspann war ein Posten, den ich noch nie gesehen habe in einem Abspann und das war auch eine nette Szene im Film, die meine Mutter gesagt hat, genau so war es. Es gab nämlich eine Apokalypse-Strickerin im Abspann und es wurde, also die Apokalypse wird in diesem Film gestrickt und meine Mutter meint, genau so war es. Wir haben auch solche Dinge gestrickt. Wir haben alle gestrickt, auch die Männer haben immer gestrickt und das fand ich sehr lustig. Und deswegen würde ich sagen, ich würde dem Film eher Richtung 3 von 5 geben oder sogar noch ein wenig schlechter, da er eben so komisch erzählt war teilweise. Aber für meine Mutter, die fand den sehr unterhaltsam und deswegen werden wir wahrscheinlich zusammen auch eher Richtung 4 tendieren. Okay, sehr gut. Dann vielen Dank an deine Mutter auch nochmal, die ja quasi so gefühlt Teil der Besprechung gewesen ist. Gebe ich weiter. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ich möchte dir auch immer die Gelegenheit geben, dass du mal ein bisschen Eigenwerbung machst. Denn, das muss man an der Stelle mal sagen, du robbst hier echt eine Besprechung nach der anderen weg. Also was du hier an Beiträgen für den Telestammtisch in den letzten Wochen und Monaten gezaubert hast, das passt echt auf keine Kuhhaut mehr. Und was du nie machst, weil du dir da wahrscheinlich, das hast du nicht nötig, aber ich möchte die Gelegenheit trotzdem einräumen. Du machst ja selber auch eine ganze Menge Sachen. Du bist selbstständige, selbst freiberuflich heißt es glaube ich, Illustratorin. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was anteasen. Wo kann man dich eigentlich so finden? Was kann man von dir kaufen? Was gibt es da an geilem neuen Scheiß? Oh, das ist aber sehr nett von dir. Also es gibt einen geilen alten Scheiß. Und zwar heiße ich Johanna Baumann, bin aber auch Comiczeichnerin Schlogger, was ich ja oft an den Intros sage. Ich habe ein Buch gezeichnet über Trennungsgeschichten. Das heißt, danach kann man überall kaufen oder überall bestellen. Danach zehn wahre Trennungsgeschichten, denn das war meine Bachelorarbeit. Dann gibt es eine Masterarbeit, die heißt Streitsam. Und das finde ich ein sehr tolles Buch. Also da bin ich wirklich stolz drauf. Es geht um, wie man als Menschen und vor allem als Paar besser kommuniziert und besser streitet. Also die zwei Werke würde ich empfehlen. Aber da wir hoffentlich auch Nerd-Zuhörer haben, habe ich auch, ich habe zwei Cartoon-Bücher zu Star Wars gezeichnet. Offiziell sogar unter LucasArts beziehungsweise Disney. Also wurde wirklich von George Lucas persönlich drüber gelacht. Spaß Wars 2 und Spaß Wars 3. Und aktuell könnt ihr mich natürlich auf Facebook, Instagram, Twitter, auf meiner Website, Schlogger, alles verfolgen. Und für die Comic-Fans, da hier auch Comics besprochen werden, ihr kennt bestimmt Ralf Rute, den Cartoonisten. Und mit Ralf Rutes Frau habe ich ein Buch gemacht. Also sie hat es mit Jasina Jaga, einer Freundin, geschrieben. Ich habe es illustriert. Das heißt Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama. Das kam jetzt dieses Jahr raus, ist schon in der dritten Auflage gewesen nach einem Monat. Und da machen wir gerade das Folgewerk dazu. So, Werbung Ende. Danke für die Möglichkeit. Das ist auch geil. Da verließen sie gerade das Letzt angesprochen. Davon gibt es auch gelegentlich mal Ausschnitte auf, ich weiß nicht, ob das jetzt Instagram war oder Twitter. Kann das sein? Ja, das verwechseln viele Leute tatsächlich. Also das, was ich auf Instagram zeichne oder überall hochlade, der Babyclub nenne ich das. Das sind Comics über meine Schwangerschaft, obwohl das Kind schon etwas älter ist. Ich bin ein bisschen dran. Und das hat tatsächlich nichts mit dem Buch mit Tina Rute zu tun. Ah ja, okay. Genau, aber das muss ich irgendwann mal klarstellen. Also ich merke schon, da liegt ein Kommunikationsfehler meinerseits. Okay, cool. Dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf die nächste Besprechung, die wir zusammen haben werden. Genau, dann bis zum nächsten Film. Bis dann, ciao. Tschüss. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Synonyms. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist zum einen die Eva. Hallo Eva. Hallo. Und gefühlt zehn Zentimeter neben Eva ist der Andi. Hallo Andi. Bonsoir. Oh, ein kleiner Angeber. Oh, oh, oh. Ja. Ich war gerade erst in Frankreich, deswegen dachte ich, ich muss hier mal ein bisschen zeigen, was ich da gelernt habe. Baguette. Ja. Common Bear. Common Bear. Ja, wir machen jetzt schon mal Werbung für unseren französisch Lern-Podcast vom Tele-Stammtisch. Die nächsten 20 Minuten Grundkurs. Ja. Genau. Ja, Synonyms, unser heutiger Film. Andi, kannst du uns ganz kurz die Fakten mal sagen? Aber klar, der Film Synonym kommt am 5. September 2019 in die deutschen Kinos. Regie und Drehbuch stammt von Nadav Lapid. Das ist ein israelischer Regisseur und der Film ist eine israelisch-französisch-deutsche Co-Produktion und die hat im Februar, war es glaube ich, auch schon den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen. Das ist richtig, ja. Genau, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben, dauert gute zwei Stunden und es spielt mit Tom Mercier, Luis Cheviot und Quentin Dolmère. Oder so? Ich lasse das gelten so, ja. Ja, genau und bevor uns die Eva vielleicht erzählt, worum es in dem Film geht, wollte ich noch anmerken, dass, wie gesagt, der Regisseur ist aus Israel und dass das ziemlich autobiografisch ist. Denn was dem Typen in dem Film passiert, ist so ähnlich auch dem Regisseur passiert. Und es könnte uns allen passieren. Ich hoffe nicht. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Eva, kannst du uns grob sagen, worum geht es in dem Film überhaupt? Grob oder sanft. Man achtet ja auf. Vielen Dank. Also, ein junger Mann kommt nach Paris aus Israel, hat nichts, fängt ganz von vorne an, will sich ein Leben aufbauen und versucht für sich zu definieren, was das ausmacht. Und ja, will eigentlich erst über Sprache und darüber, dass er eben ein Franzose, was immer das sein soll, werden möchte, will er das eben erreichen, da anzukommen und sich wohl zu fühlen. Er findet da zwei Freunde, also lernt zwei Freunde kennen, ein junges Paar. Er ist, ja, anstrebender Schriftsteller und sie ist Musikerin und die nehmen ihn so gut wie sie können auf. Und ja, also es wird eigentlich beschrieben, wie er da Fuß fasst, wie er da einen Job sucht, wie er immer wieder zurückgeworfen wird in seine Erinnerungen, wie er mit Worten spielt. Also eigentlich ist es viel zu primitiv, jetzt da von der Handlung zu sprechen. Der Film ist so anspruchsvoll, dass man eben da nicht zugutekommt damit, sondern wirklich, eigentlich ist es ein Interpretationsfilm, der mit Bildern spielt und mit Charakteren und mit Situationen und Sprache vor allem und wo auch kein Charakter jetzt wirklich realistisch dargestellt ist oder wie es handeln würde, sondern eher so ein poetisches Märchen. So habe ich es eigentlich empfunden. Genau, also es, ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Vielen Dank. Was mir sofort aufgefallen ist beim Film, der Film beginnt ja mit so einer, mit einem Point-of-View-Shot aus seiner Perspektive, sodass wir also als Zuschauer quasi seine Sicht haben. Und diese Art von Shots gibt es regelmäßig. Und das ist, was mir aufgefallen ist, außerhalb dieser Point-of-View-Shots gibt es, glaube ich, keinen einzigen Moment, in dem dieser Joaf, so heißt dieser Israeli, nicht im Bild ist. Oder ist euch eine Szene aufgefallen, wo er mal nicht im Bild ist? Puh, da müsste ich jetzt nochmal... Ich deute das mal als, ja, Sebastian, du hast recht. Du hast bestimmt recht, wie immer. Ich würde so gern widersprechen. Nee, ich kann das nicht sagen. Also es gibt schon eine, wo der Emil, also Emil auf dieser Brücke auf ihn wartet, zum Beispiel, ich dachte jetzt, also... Und als jemand stirbt und tot durch die Straßen geschluffen wird. Ja, stimmt auch. Aber das ist ja eine Rückblende, meine ich, ne? Ja, das ist auch eher eine Erzählung, in der Erzählung, ja. Aber stimmt, der ist schon auf jeden Fall der omnipräsente Hauptdarsteller und das kann man schon mal sagen. Ja. Man wird langsam mit ihm zusammen wahnsinnig. Ja. Du hast ja schon gesagt, Eva, dass da irgendwie, ja, diese Figuren sehr, sehr seltsam sind und auch sehr seltsam agieren. Ich fand auch die ganze Welt drumherum ein bisschen seltsam. Also, ich fand dieses Paris, was da gezeigt wird, wirkte auf mich fast schon so ein bisschen wie eine Kraikatur dieses klassischen Nouvelle-Va-Kinos, fand ich. Also, alleine, dass diese zwei Menschen, die ihm da zu Beginn helfen und ihn bei sich aufnehmen, war das jetzt richtig? Das waren schon so Abziehbilder. Also, er ist so der typische, dieser Autor, der halt nach der einen Idee sucht, sie ist Musikerin, man sieht sie beide eigentlich nie arbeiten, aber sie wohnen halt wirklich in einer sehr großzügigen Wohnung mit allerlei Devotionalien, die auch einiges gekostet haben. Das alles fröhnt zu diesem, ja, ich sag mal, Pariser Klischee-Schick und auch, wie sie ihn aufnehmen, das wirkt auch ein bisschen seltsam, weil es ist ja, es ist ja nicht eigennützig, was sie da tun. Oder, Andi? Siehst du das anders? Ja, ich hatte da so ein bisschen am Schluss jetzt vor allem, ich hab den Film jetzt sogar eineinhalb Mal gesehen, weil ich die zweite Hälfte mir jetzt nochmal kurz mit angeschaut hab und so und, ja, nee, das darf ich jetzt ja gar nicht sagen, das wäre das Ende vom Film. Auf jeden Fall hatte ich am Schluss dann schon ein bisschen das Gefühl, als wäre das schon recht eigennützig gewesen von den beiden, weil es fällt zum Beispiel auch mal irgendwie der Satz, ja, der unterhält uns seit sechs Monaten so ungefähr und, ja, dass es dann doch noch dazu kommt, dass er, also Joaf mit der, wie hieß die andere, Caroline, sagen wir es jetzt mal, genau, so hieß sie, glaube ich. Nennen wir sie Caroline. Dann auch noch was anfängt halt irgendwie, das war ja auch so abzusehen, das war ein bisschen klischee-mäßig. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, weil der Film sonst so ungewöhnlich war. Also ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, als würde sich da eher was zwischen ihm und dem Emil anbahnen und auch dieses Verhältnis zu seinem, ich glaube, das war sein Mitarbeiter, dieser ein bisschen übertriebene, bisschen prolligere oder bulligere Mitarbeiter aus der Botschaft war das, glaube ich, der in der Metro mal durchaus irgendwelche Leute anplärrt, um sie zu provozieren und so. Mit dem hat er ja auch so eine ganz komische Chemie, wo er ihn dann mit Hector aus der Antike vergleicht und sie dann immer so, sich so krass nahe kommen und so. Ich fand das alles so seltsam. Deswegen fand ich es dann komisch, dass dieses typische, diese typische Dreiecksbeziehung dann doch so klischeehafter passiert. Alles sehr seltsam. Das hat mich auch sehr gestört. Ich finde halt einfach diese Dreiecksgeschichte, das ist halt so typisches Nobel-Wahr-Kino. Das erinnert sogar an Jules und Jim zum Beispiel. Dann hätten sie ja wenigstens die beiden Männer sich küssen lassen können. Wobei, das hätte auch überhaupt nicht gepasst, finde ich, weil es war ja alles so vergeistigt und intellektuell angehaucht und dann passt ja so eine leibliche Geschichte überhaupt nicht dazu. Wobei ich gestehen muss, dass es schon ein paar Szenen im Film gab, wo ich das Gefühl hatte, gleich kutschen, aber Joachim und Emil. Hier brutzelt hier. Wenn sie zusammen Musik hören zum Beispiel irgendwie. Ja. Also ich hatte dann nur noch das Gefühl, das ist ja das Witzige bei dem Film, da kann man viele Szenen halt doof finden und diesen Handlungsstrang fand ich halt auch doof. Man kann halt dann aber auch sagen oder man kann es sich halt mehr oder weniger schön interpretieren. Also zum Beispiel, ich habe dann halt darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht so ist, dass er halt einfach das dann macht, weil er denkt, das macht man halt so in Frankreich. Er will sich halt so ein bisschen irgendwie an die Gesellschaft anpassen. Er macht ja viele Sachen, wo er denkt, ja, das macht man jetzt so, um dazuzugehören. Also ich hatte da öfter das Gefühl, auch auf dieser Party, wo er dann sich da so komisch mit in die Menge wirft, als wäre er das gar nicht, aber er macht einfach so mit, weil er will ja jetzt ein Franzose sein und er macht alles, was dazugehört oder so. Deswegen, ich hatte gar keine großen Probleme mit der Handlung, weil das alles so symbolisch war und dann kann man es halt so deuten, wenn man Lust hat und wenn nicht, dann findet man halt das Kacke. Aber interessant fand ich es. Ja, es gab halt wirklich ein paar Szenen, die fand ich großartig, die ich auch sehr lustig fand. Es gibt zum Beispiel ein sehr außergewöhnliches Bewerbungsgespräch, wo ich auch nicht so wirklich verstanden habe, was sollte das jetzt? Das aber so absurd und skurril war, dass ich diese Szenen zumindest sehr genossen habe. Ich habe aber für meinen Teil da einfach das Problem, dass diese Aneinanderreihung von Absurditäten und Seltsamkeiten, wo auch bestimmt überall eine tiefere Ebene drin ist, aber das als Gesamtes hat mich irgendwann nur so überrollt und ich war irgendwann nicht mehr aufnahmefähig dafür. Es war mir einfach zu viel. Stehe ich da alleine? Ich glaube, es war auch so ein komischer Überlebenshumor, der dann irgendwann einsetzt. Also bei mir zumindest. Das ist echt, als auch vorhin, dass wir jetzt im Vorgespräch auch schon so einfach alle so ein bisschen drüber waren. Weil man diesen Ernst, diesen geballten Ernst und alle Figuren nehmen sich selbst so unglaublich ernst und alles ist so verkünstelt und vergeistigt und symbolisch und du hast ihn nicht gesehen und ich mag das ja auch total und ich liebe Interpretieren und das kann man in diesem Film wirklich sehr gut. Nur so gegen Ende, wo dann wirklich alle nur noch irgendwie mehr oder weniger austicken und eine Kunstfigur darstellen, in der sie dann in irgendwelchen Gedichten vor sich hin spadronieren, gefühlt wäre mehr oder weniger. Nur noch alles auf einer symbolischen Ebene passiert. Also irgendwann, ich glaube, ich bin irgendwann gegen ganz Ende auch wirklich ausgestiegen und nur noch ein bisschen albern geworden. Aber das hat jetzt auch keine schlechte Wirkung. Ich glaube einfach, das geht mir dann auch so. Wenn man irgendwann nicht mehr so den Zugang findet, dann rettet man sich halt oft immer in den einfachsten Ausflüchten. Das ist halt oft einfach dieser Humor. Ja. Und das geht bei dem Film recht einfach. Aber da gab es schon echt interessante Sachen. Also zum Beispiel, er kommt aus Israel, aber er weigert sich, beharrlich Hebräisch zu sprechen. Stattdessen läuft er immer mit so einem Wörterbuch rum und versucht halt wirklich, Franzose durch und durch zu werden. Bis ich irgendwann das Gefühl habe, dass er eigentlich französischer ist als ganz Frankreich zusammen. Ja. Das fand ich ganz amüsant und auch interessant. Auch, dass er einen Job in der israelischen Botschaft dann bekommt und was er dort macht. Das ist auch sehr interessant. Das hat alles so eine weitere Ebene, so eine Doppeldeutlichkeit. Das hat mir wirklich gefallen. Aber durch diese reine Masse und ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Regisseur weiß, wann mal gut ist. Also ich hatte einfach nie das Gefühl, dass der Film mir die Zeit dafür gibt, das alles mal richtig zu verarbeiten. Aber was? Das war, das hatte schon ein bisschen was wie diese eine Szene, das ist eine Rückblende, wo er in der Armee ist und versucht, mit diesem Maschinengewehr diesen Chanson nachzuballern. Da war aber, finde ich, sehr schlecht drin. Also ich als Schlagzeuger konnte mir die Szene kaum anschauen, weil ich dachte so, Alter, was ist mit deinem Rhythmusgefühl? Ich fand die Szene sehr gut. Nee, das war genau auch, was ich aber auch gut fand, diese Verdichtung in dem Film, wo wirklich dieses Thema irgendwann so was, was er, glaube ich, auch darstellen wollte, so was Aggressives bekommt. Also was das eigentlich für eine Gewalt hat, dieses Gezwungensein oder sich einfach anpassen zu wollen und man kann es nicht oder man, ja, vergewaltigt, ist ein starkes Wort jetzt, aber man tut sich selbst quasi Gewalt an und zwängt sich da in so eine Rolle ran, die man glaubt, erfüllen zu müssen und dieses, ja, dieses Gewalttätige, was man sich selbst eigentlich antut oder angetan bekommt durch die ganzen Auflagen oder was man erfüllen muss, das fand ich sehr gut eigentlich dargestellt. Vergewaltigen ist auch noch ein ganz schönes Stichwort, was er alles dafür tut, um halt da irgendwie anfangs auch über Wasser zu halten. Tut mir leid, aber Vergewaltigung ist ein schönes Stichwort, klingt irgendwie nicht gut. Habe ich schön gesagt oder gut? Ein schönes. Achso, ein schönes, es tut mir leid, es ist kein schönes, es ist ein gutes Stichwort, um auf eine andere wichtige Szene zu sprechen zu kommen. Machst du dich besser. So brechen wir den Podcast ab. Nein, ihr wisst doch schon, was ich meine. Auf jeden Fall macht ihr einiges, um halt an Geld zu kommen in dieser ersten schwierigen Ankunftsphase irgendwie und das wollte ich nur noch als Überleitung sagen, und wer sich halt Lust hat, den Film anzuschauen, es gibt, finde ich, sehr viele, sehr unangenehme Szenen, die entweder halt ja drastisch sind oder auch einfach unangenehm, wie diese Metro-Szene irgendwie und was mir dann auch noch irgendwie aufgefallen ist, dadurch, dass er halt oder dafür, dass er halt da gerade erst angekommen ist und die ganze Zeit mit seinem Wörterbuch rumläuft und eigentlich gerade dabei ist, Französisch zu lernen, versucht er sich die ganze Zeit so mega poetisch und gehoben auszudrücken, irgendwie und ich konnte das nicht nachvollziehen, weil mein Französisch ist nicht so gut, aber für mich klang das doch 1a eigentlich, oder? Akzentfrei ist Französisch irgendwie, aber doch sagen öfter Leute zu ihm, dass er so einen witzigen Akzent hat und so und das konnte ich dann nicht so richtig greifen, diese, ob es dann auch irgendwie ein Gag oder irgendwie was Interessantes mit der Sprache in dem Film gab, weil ich habe halt einfach die Untertitel gelesen, aber... Ich glaube, es hat ihm halt einfach nie genügt, also er hatte nie das Gefühl, er kommt an und hat es dann immer noch verbissener und verkrampfter versucht und das war so dieses... Deswegen auch die vielen Symbole für eine Sache, also weil er jetzt auch diese Freiheit vielleicht hatte, das so zu fühlen und da gibt es dann so viele Erlebnisstufen, wie man eine Situation beschreiben kann und das hat ihn, glaube ich, überfordert. Und dann auch in seiner Sprache kennt er vielleicht auch ganz viele Wörter dafür, aber in der Fremden lernt er dann so nach und nach diese ganzen Zustände kennen, wo er sich vielleicht in seiner alten Heimat nur ein Wort leisten konnte, weil er einfach mit Überleben beschäftigt war und jetzt hat er diesen Luxus und kann sich da so viele... Unendliche Möglichkeiten. Ja, kann sich selbst entdecken und die Sprache entdecken auf so vielen Ebenen und deswegen gibt es dann so viele verschiedene Begriffe für das, was er erlebt hat eigentlich. Im Prinzip kann man es auch so deuten halt, dass er immer versucht halt Franzose zu werden, aber es ist einfach nie wirklich schafft, weil es vielleicht letztlich auch egal ist, weil, sei mal ehrlich, letztlich ist es doch scheißegal, ob er jetzt Israeli, Franzose, Portugiese oder Däne ist, er ist halt ein Mensch. Er hat sich halt so da drin verrannt, einfach. Genau. Wunsch. Ja, ich finde es halt auch irgendwie ganz interessant, dass man, ach nee, ich will jetzt eigentlich nicht so viel spoilern, obwohl bei dem Film finde ich es gar nicht so wichtig. Also Handlung, ich finde es ja eher, den muss man so auf sich wirken lassen, aber was er genau für ein Problem hat, dass er das so ablehnt, findet man nicht wirklich heraus, oder? Das müssen die Zuschauer dann selber für sich entscheiden. Naja, das ist ja so ablehnt, also man weiß ja nicht, ob er einen Militärdienst, weil das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass er halt nach seinem Militärdienst, was ja viele Israelis machen, dass sie nach dem Militärdienst halt Weltreisen machen oder so, aber dass er da so krass einen Cut macht irgendwie und die Sprache nicht mehr sprechen will und das hast du nicht gesehen, der will mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben und so, aber dass das so vage bleibt irgendwie, das fand ich... Da gab es nur eine Szene, wo er über seinen Opa erzählt hat, der geflohen ist im Zweiten Weltkrieg, dass er vielleicht das einfach auch nie als seine Heimat sehen konnte, Israel oder so, weil er sich da auch fremd gefühlt hat, also so habe ich das verstanden, dass er irgendwie auch zurück will oder halt einfach dieses in die Welt geworfen sein und eigentlich als Jude ja kein, also so die Thematik eigentlich kein, Land zu haben oder keine Identität zu haben, das nirgends hinzugehören. Schwierig, ich war mir eigentlich die meiste Zeit sicher, dass er halt irgendwie bei dem Militärdienst irgendwie vielleicht, dass da irgendwas vorgefallen ist, aber dann sagt er ja auch nochmal zu seinem Vater, nee, mir hat es da ganz gut gefallen oder so, aber man konnte ihm ja eigentlich eh nie so richtig glauben, er hätte viel irgendwie Quatsch erzählt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er nicht masturbiert, obwohl er am Anfang masturbiert. Na, da waren wir uns nicht ganz einig. Ab wann wäscht man sich und wann ist es schon da? Stimmt, wir wollten eh noch ein bisschen genauer über den Penis des Hauptdarstellers sprechen. Also, das lohnt sich, es lohnt sich eigentlich schon wegen diesem Penis diesen Film anzuschauen. Er ist oft im Bild. Also, wenn er eine Penis probiert, eine Penis probiert, ich schaue. Und deswegen ist der Film überhaupt zwölf, oder? Sonst war ja nix. Also, liebe Eva, gratulation, wenn du es mit dieser Aussage nicht aufs DVD-Cover des Filmes schaffst, dann weiß ich auch nicht. Drei Sterne, zwei davon für den Penis. Endlich wird mal der Tele-Stammtisch hierher geholt. Ja. Penis, das ja alles. Dienstwert, alleine wegen dem Penis. Nee, also, ich habe ja schon zwei, drei gesehen, aber ich glaube... Wirklich? Das ist aber interessant. Erzähl. Erzähl war ja auch sehr persönlich. Also, da können wir jetzt ruhig... Nein. Ich fand noch eine Szene, die ist mir eingefallen noch, was mir irgendwie sehr für den Film steht, war diese Szene, wo sie einfach mal drei Minuten auf der Couch sitzen, diese drei Leute und nichts machen, nichts sprechen. Irgendwie, ich glaube, es kommt leise Musik oder so. Die sitzen da einfach und, ja genau, sie sprechen halt nicht und dann passieren nur zwei Sachen und zwar, der Emil in der Mitte nimmt irgendwie das Handy in die Hand und sie schenkt dann dem Joaf irgendwie dann nochmal Wein nach oder so und setzt sich wieder hin, und dann sitzen sie eine Zeit lang und dann lächelt der Joaf irgendwie so ganz also der Hauptdarsteller. Leicht, genau. Und dann dachte ich so, also irgendwas muss die Szene ja bedeuten. Bedeutet das jetzt, dass irgendwie sie sich von dem Emil abwendet, weil er jetzt so fad ist und sie jetzt doch eher den Joaf geil findet oder so? Aber das waren so komische Szenen mit so kleinen subtilen Sachen. Naja, aber wie wir jetzt von Eva wissen, hat Joaf ja durchaus gewisse Vorteile. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe das irgendwie, ja, ich habe das so interpretiert, es wäre das so diese Überforderung mit der Banalität des Alltags oder so. Aber kann man glaube ich ganz verschieden deuten. Das mit dem Penis hat mir besser gesagt. Das war auch banal. Ja, das wollte ich nur noch mal zusammenfassen. Ich fand, das beschreibt dieses, jetzt wollte ich das nicht Dilemma mehr nennen, aber die Art des Films halt einfach, da sitzen drei Leute auf einer Couch und es passiert eigentlich nichts und man kann halt, wenn man will, sich darüber Gedanken machen, was der Regisseur damit jetzt gemeint haben könnte. Man kann aber auch einfach den dreien dazuschauen, wie sie Musik hören und nichts tun. Und das ging mir relativ oft mit dem Film so. Er hat vergessen, Katze rufen. Genau. Hatte keine. Ja, sorry. Bitte. Das hat mich zum Beispiel auch, die Figuren waren auch an sich immer so nackt. Also es war alles so übermäßig persönlich und angreifbar dargestellt. Auch die Schwächen oder ja, so dieses Angreifbare im Menschen fand ich und ich finde, dass das aber sonst auch ganz gut rübergekommen wäre und dieses viele Nacktsein wäre, finde ich, gar nicht nötig gewesen. Also das hat sich so übertrieben dann. Das war mir dann schon zu sehr, also zu hysterisch, diese Darstellung von einer Sache, die eigentlich der Film sowieso rüberbringt. In diesem ständigen, ja, ich bin angreifbar, ich bin nackt, ich erfriere, also die erste Szene. Da fand ich es schön, wenn die es dabei belassen haben, weil das war halt noch symbolisch so für die Neugeburt und so. Er hat halt nichts mehr, bei dem alles geklaut wurde und dann ist es halt, jetzt will er eine Neugeburt in Frankreich mehr oder weniger so ungefähr. Das fand ich noch ganz schön, so als Bild, aber wenn er natürlich alle 20 Minuten nackt ist, dann verliert das seine Wirkung. Ich finde, das hat sich dann irgendwann zur Schwäche entwickelt, also so allgemein im ganzen Film, dieses ständige, so diese Bloßstellung eines, einer Person oder eines, ja, dieses Geworfensein und hilflos und das dann in so einer künstlerischen Form darzustellen, das hat mir, irgendwann war mir das echt too much. Und da war dieses Nacktsymbol nur eine Symbolik in sich in dem Film, aber ja, so bis zur Hälfte hat er mir sehr gut gefallen, will ich schon mal vorab sagen. Ich würde noch gerne ein paar Worte verlieren über Tom Mercier, den Hauptdarsteller, den Darsteller des Joachim und nicht nur über seinen Geschlechtsteil, denn, also ich kannte den Darsteller vorher nicht. Ist auch sein erster Film übrigens, der hat davor nur Theater gemacht und die Szene, in der er am Anfang nackt durch die Wohnung läuft, war seine erste Szene, die er überhaupt jemals für Film gedreht hat, hat der Regisseur erzählt. Also sie haben beide gut gespielt, er und sein Penis. Ich stelle mir gerade vor, wie sie sich zwischen den Texte halten, du warst super. ich bin ungefähr gleich groß. Dann lass dir nichts an, was du. Ah, da empfehle ich den Comic von Michael Wild Piephan. Mein Piephan. Aber das ist hier in der Schleichwerbung, Entschuldigung. Egal. Weiter im Text. Ja. Ja. Nee, tut mir leid, Eva hat mich jetzt echt rausgehauen damit. Das wollte ich nicht. Einfach so K.O. stark verpasst. Ich wollte gerade über die Mercedes Leistung sprechen. Ja. Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich nur seinen Piepern im Bild. Jetzt seht ihr mal diesen Sexismus umgedreht, was das dann macht. Wie das ablenkt von der eigentlichen schauspielerischen Leistung. Wollte ich jetzt hiermit nochmal demonstrieren. Ja. Ich denke jetzt einfach an meinen Piephan. Okay. Freut mich. Bitte. Ich fand, der hatte eine grandiose Ausstrahlung. Der hatte eine unglaubliche Energie und Vitalität und nicht nur wegen seines Genitals habe ich ihm unglaublich gerne zugesehen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird eigentlich nur gezeigt, wie er sich was zu essen macht und der macht sich eigentlich jeden Tag dasselbe zu essen und der erzählt dann auch ganz haargenau, was es ist und wie es kostet. Das wäre ja gesponnen. Und das, der hatte einfach so eine Präsenz. Ich kann es nicht anders beschreiben. So eine richtige Präsenz, dass ich mir echt vorstellen kann, den in Zukunft öfters nochmal zu sehen und es würde mich freuen, wenn der vielleicht auch mal in Zukunft in Filmen mitspielt, die jetzt vielleicht nicht ganz so ja, böse ausgedruckt arzi-fazi sind. Es ging mir auch so, ich fand ihn total, also er hat da teilweise ein bisschen oft sehr ratlos, man könnte auch böse, ein bisschen blöd geschaut irgendwie, aber ich fand, das ist eine gute Mischung aus, ja ich sag jetzt mal, aus verletzlich, aber schon energiegeladen und so. Also er war kein Schwächling, kein schwacher Charakter, aber er war auch nicht Herr der Lage oder so. Er hat zwar öfter gedacht, er wäre es und er war auch, wie gesagt, jetzt nicht total überfordert. Er hat auch Sachen durchgezogen, wenn es sein musste und so, aber irgendwie hat er das schön abwechslungsreich gespielt. Ich fand das auch ziemlich gut. Also er kann aber sicher auch sehr gut in einer Komödie mitspielen. Also ich fand, es hat auch mehr oder weniger gewollt in dem Film, da gab es ja auch ein paar so Sequenzen, wo man es lustig war. Ja vor allem, wenn du ein Interview von der Berlinale anschaust zum Beispiel, da liegt es natürlich auch an der Sprachbarriere, dass er ein bisschen nervöser ist oder so, aber der Typ ist da komplett anders im Film, da ist der echt so eine Wucht und in diesem Interview war der so ein kleiner Schüchterner mit Bubi und so. Das fand ich so krass, diese Transformation. Ich fand ihn jetzt auch persönlich nicht besonders sympathisch, muss ich sagen, aber vielleicht hat das sogar dem Film ganz gut getan. Also dass man so eine Distanz hatte ja eh zu den Charakteren. Er war nicht sympathisch, aber er war interessant. Und ich glaube, für den Charakter, gerade wenn er der Hauptcharakter eines Filmes ist, ist es glaube ich besser, er ist interessant und dafür weniger sympathisch, als dass er halt sympathisch ist, aber dafür halt einfach nur bei. Sympathische Hauptdarsteller hat man ja oft genug. Eben, in dem Film gibt es ja auch keine Kategorien wie gut und böse oder so, sondern die sind halt einfach nur Characters. Wenn man sympathische Menschen will, dann hört man Tele-Stamm-Tisch, Punkt. Das ist jetzt der Moment, wo ihr mir zustimmen müsst. Danke. Danke. Oui, oui. Okay. Alors. Habt ihr noch noch irgendwas zu Synonyms? Ich werde das alles in mein Fazit packen, denke ich. Okay. Dann ist jetzt Fazitzeit. Also ihr dürft jetzt kurz sagen, wie ihr den Film fandet. Als Bewertung habt ihr 0 bis 5 Penisse. Das war diesmal ziemlich eindeutig. Aber natürlich was sonst. Und ihr könnt gerne auch noch sagen, ob es eurer Meinung nach eine gewisse Zuschauergruppe gibt, die den Film unbedingt sehen sollten. Eva, willst du anfangen? Ich habe jetzt vorhin, ich wollte ja noch was sagen zu dem Film. Achso, Entschuldigung. Aber das kann ich genauso gut ins Fazit packen. Ich fand halt einfach diese Idee sehr gut mit diesen Wortspielen und diese sprachliche Dominanz in dem Film. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich das persönlich halt auch ganz gern mag. Also so Gedichte und Wortspielereien und so. Und was man da als Symbolik reinpacken kann. Und genau. Wie gesagt, persönlich war es mir irgendwann zu viel, das Artifati-mäßigen. Aber trotzdem echt anregend. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen zum Anschauen. Nicht erregend, anregend. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Penisse gebe ich denn? Also schon dreieinhalb würde ich jetzt schon. Ach, gestandene. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Danke. Nervig bis gut, der Film. Okay. Ich wiederhole, dreieinhalb gestanden. Und dieses Geworfensein in diese neue Kultur und so, also wirklich, ich fand es echt total sensibel eigentlich dargestellt. Aber nur leider ein bisschen zu negativ oder ja, zu hysterisch zum Teil. Aber das will ich mir auch nicht anmaßen. Ich war ja noch nie in der Situation. Ich bin auch noch nie nackt in der Badewanne aufgewacht, wusste nicht, wo ich bin. Aber das machst du ja später dann. Gut. Andi, jetzt your turn. Ja, es war auf jeden Fall ein interessanter Film und ich fand es halt auch erst im Nachhinein dann eigentlich spannend. Also während man sich den Film anschaut, ich fand es teilweise ein bisschen langweilig, ein bisschen nervig, ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem fand ich den Film eigentlich ziemlich gut. Das ist schwierig zu erklären. Aber haben wir es ja eigentlich schon gemacht. Also man muss da schon viel reininterpretieren und darf da jetzt nicht erwarten, dass das alles so realitätsnah ist, weil allein die Dialoge sind teilweise so komisch abgebrochen mittendrin und er redet dann teilweise poetisch daher, obwohl er eigentlich, keine Ahnung... Das sind mehr gefühlte Dialoge als reale. Und dann tickt er auf einmal wieder aus und man sieht es nicht kommen und das ist alles sehr verspult. Aber ich fand es eine schöne Thematik, auch dadurch, dass es halt eventuell auch noch so halb autobiografisch ist, fand ich das interessant, wie der Regisseur damit halt umgegangen ist. Schauspieler fand ich alle wunderbar, auch wenn die halt einfach alle so komisch und ein bisschen unangenehm sind. auch diese zwei Pärchen, die er trifft, also dieser Emil, die sind einfach irgendwie weird. Man findet nicht so einen Zugang zu dem. Nee, überhaupt nicht. Aber sie machen das gut. Also ich fand die gut, interessant, nervig, strange, keine Ahnung, ein bisschen wie in einem David-Lynch-Film teilweise oder so. Ach, recht. Auf jeden Fall fand ich auch vor allem den Look und die Kamera ziemlich cool, auch teilweise diese musikalischen Einsprengsler und so, aber gerade die Kamera fand ich wunderbar, wie die teilweise halt sehr dynamisch war und geile Szene, wo die zwei zusammen Musik hören und die Freundin reinkommt und den Lichtschalter an- und ausmacht, wie da die Kamera hin und her schwenkt. Solche Sachen fand ich einfach ziemlich witzig und kreativ. Deswegen kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem mal ja, auch drei Punkte, würde ich mal sagen. Drei, drei beschnittene Penisse. Dieses mit dem Licht fand ich übrigens auch sehr schön zu deuten. Also das war auch so dieses bruchstückhafte, weil es wurde ja alles so zerfetzt in dem Film irgendwie. Also ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal anschauen. Ja, damit hat Eva eigentlich mein Fazit kompakt wiedergegeben. Ich fand den Film auch an sich sehr interessant. Ich fand ihn sehr vital, sehr kraftvoll, vor allem dank des Hauptdarstellers und da steckte wirklich sehr, sehr viel drin, aber es war mir irgendwann einfach zu viel, dass ich es einfach nicht mehr verarbeiten konnte. Das liegt vielleicht immer daran, dass ich zu doof dafür bin, ich weiß es nicht, aber wirklich ein interessanter Film. Ja, wer auf sowas, wer sowas mag, also wer eine positiv gemeint Herausforderung sucht und viel Spaß dabei hat, Filme zu deuten und zu interpretieren, der sollte sich synonyms definitiv ansehen. Es lohnt sich. Bei mir reicht es für drei Punkte und ich hoffe, dass ich den Darsteller Tom Mercier noch in anderen Filmen wiedersehe und sein Penis wird wahrscheinlich Karriere bei Marvel machen. Die sehen wir dann in Avengers 4. Als Rakete. Ja, genau. Gut. Gut. Dann sind wir durch mit Synonyms. Ich suche jetzt noch irgendwie ein Synonym für Goodbye. Auf Wiedersehen. Adieu. Tschüss. Ciao. Schwengel Ding Dong, dachte ich, kommt jetzt noch Synonyme für den Penis oder so. Achso, ja, das machen wir natürlich. Das gibt es dann als extra. Das haben wir noch nicht ausreichend. Ihr zwei, ich danke für eure Zeit. Ihr dürft jetzt gerne euch noch jeder sich selbst einmal das Goodbye vertünen und ihr dürft gerne auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich bin ja nicht so und ich würde sagen, lasst den Anni mal anfangen und dann hat die Lady das letzte Wort. Ach, Edu, ich sage einfach mal Au revoir, weil wir haben ja schon viel gesagt und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Ich aber auch und ja, ich m'appelle Eva Au revoir. Niemand mag Angeber. Tschüss. Tschüss. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Dragged Across Concrete. Das fängt ja schon super an. Ich bin jetzt du und ich bin heute nicht alleine, nämlich der Michael ist bei uns. Hallo Michael. Hi, schönen guten Abend. Michael, mir wurde die große Ehre zu teilen, mit dir deinen allerersten Telestammtisch-Podcast zu machen. Das freut mich. Ich muss aber leider sagen, ich kenne dich nicht und unsere Zuhörer kenne dich auch nicht und deswegen wäre es vielleicht ganz interessant mal zu wissen, wer bist du überhaupt? Ja, also erstmal die Ehre ist ganz meinerseits. Dankeschön. Ich bin selber Filmblogger, habe damals angefangen mit einem extrem spannenden Titel meines Blogs, der Filmtipp und habe das ein paar Jahre gemacht, habe auch so ein paar Blogger um mich herum versammelt. Wir haben dann immer mal wieder uns auch ausgetauscht in so Facebook-Gruppen. Also mir war damals die Community noch ein bisschen wichtiger als die Reichweite sozusagen und bin dann über Umwege und Netzwerken und so weiter und so fort unter anderem auch bei den Jungs vom Entertainment-Blog und vom Cine-Entertainment-Talk gelandet. Das heißt, man hört mich hin und wieder schon mal in ein paar Podcasts, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes oder so und was bleibt ansonsten zu sagen, ich bin ein hübscher Mittardreißiger, der ein absoluter Filmfreak ist und der sich freut, dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne, denn ich bin auch Stammhörer des Cine Entertainment Podcast. Siehst du mal. Siehst du mal, weil du kamst mir immer bekannt vor. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, jetzt weiß ich es. Okay, gut, wie am Anfang erwähnt, wir besprechen heute Drag Across Concrete, was für ein schöner Name. Der hat eine Laufzeit von 163 Minuten, hat eine FSK-16-Freigabe und ist seit dem 23. August auf DVD, Blu-ray und Video-on-Demand erhältlich. Er kommt via Universum-Film. Drehbuch und Regie führte S. Craig Saylor, der hat zuvor Bone Tomahawk und Brawl in Cellblock 99 gedreht und zum Cast gehören unter anderem Mel Gibson, Vince Vaughn, Thomas Kretschmann, Torrey Kittles, Michael J. White, Jennifer Carpenter, Don Johnson und meine Güte, Udo Kier. Und das wären die Fakten und du, Michael, kannst unseren Zuhörern jetzt mal ganz grob beschreiben, worum geht es in dem Film eigentlich? Ja, also in dem Film geht es im Großen und Ganzen um zwei Cops, die, würde ich jetzt mal sagen, politisch nicht immer ganz korrekt handeln und das fliegt dann auch so ein bisschen am Anfang des Films um den Schädel. Also es geht um Brad Richman und Anthony Lorazetti, die beiden sind Partner und werden versehentlich dabei gefilmt, wie sie einen Fall lösen, aber auf sehr rabiate und nicht ganz, ja, ethische Art, sagen wir mal. Die beiden werden, ähm, ähm, die beiden müssen, äh, ihre Marke an den Nagel hängen für mehrere Monate, fühlen sich ungerecht behandelt und müssen vor allen Dingen finanziell über die Runden kommen und, ähm, aufgrund der ganzen Geschichte, wie ungerecht die beiden sich fühlen, fängt eben er Gipsons Figuren, ähm, ja, so einen Plan zu schmieden, äh, für Geld zu sorgen und zwar die Kriminellen selber, äh, auszurauben. Das geht in dem Falle leider extrem schief, denn die suchen sich, ja, wirklich die, die falschen Kriminellen aus, die sehr, sehr skrupellos sind und sehr brutal handeln und, ähm, bei aller Erfahrung kriegen die beiden da doch einige Probleme mit. Ganz genau, vielen Dank. Ja, das ist der dritte Film von S. Craig Saylor, der, äh, ist im, ja, im Genre-Kreisen kein Unbekannter. Ich hab ja schon gesagt, der hat zuvor Born Tomahawk und Brawl in Selberg 99 gemacht. Übrigens, wenn wir über den Brawl-Film reden, reden wir natürlich nur über die deutsche FSK-18-Fassung, das ist klar. Ähm, Michael, Hattest du schon vorher Kontakt zu S. Craig Saylor oder ist Director Cross-Conc- meine Güte, Director Cross-Concrete, sorry, dein erster Film von ihm? Nennen wir ihn einfach sein dritter Film. Okay, danke. Ich, äh, kenn den, ähm, also, ich bin ein Riesen-Fan von Bone Tomahawk und, ähm, den hab ich damals auch so völlig ohne Erwartung geguckt. Äh, ich hab, mich hatte der Cast interessiert, ich bin auch eigentlich überhaupt kein Western-Fan, das heißt, ich hab mir den wirklich so nebenbei angeguckt und, ähm, der hat mich einfach umgehauen damals von seiner ganzen Machart her, ähm, diese, diese entschleunigte Erzählweise, diese wirklich skurrilen Dialoge und, ähm, obwohl ich was ganz anderes erwartet hatte, war ich da schon bestens unterhalten, äh, allein von den Dialogen und so, ähm, und, äh, klar, die letzte halbe Stunde, die dann in so einer Blutschlacht, äh, endet, äh, war umso härter und hat mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sehr überrascht, aber auch positiv und, äh, seitdem hab ich eigentlich immer ein Auge auf diesen Regisseur und auf seine, ähm, auf seinen Werdegang geworfen. Ähm, ich hab allerdings Brawl in Cellblock 99, Schande über mich, noch nicht gesehen, ich würd den so unglaublich gern sehen, bis jetzt hab ich's einfach noch nicht geschafft, deswegen ist es quasi jetzt, äh, Dragged Across Concrete ist quasi mein zweiter Anlauf bei ihm. Okay, dann, äh, kann ich dir empfehlen, das nachzuhören, weil der ist wirklich gut, ähm, und auch sehr brutal, äh, und ich finde, dass Dragged Across Concrete, ich hab's geschafft, ja, ähm, äh, äh, das weiterführt, was Sailor halt mit Bone Tomahawk angefangen hat, nämlich wirklich so, ja, zum einen diese Zelebrierung von wirklich blankem Nihilismus und zum anderen auch so ein bisschen so die, diese Destruktion, von diesem, von diesen Männlichkeitsmodellen, ähm, siehst du das ähnlich? Sehe ich absolut ähnlich, hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, ich finde halt man, dass das Tolle an diesen Filmen ist, die werden immer super schnell von empfindlichen Leuten extrem schnell zerrissen, ohne dass man da tiefer drauf eingeht, auf was will er eigentlich damit bezwecken und so weiter und so fort, ähm, wie schon erwähnt, die handeln ja beide nicht gerade ethisch und es geht auch ein bisschen um Rassismus, es geht, es gibt ein paar, ja, nennen wir es mal Seitenhiebe auf Bio-Läden, auf die ganze Entwicklung, auf scheinheilige Medien und, ähm, und das natürlich dann mit Leuten wie Vince Vaughn und Mel Gibson auch noch zu besetzen, die ja selber schon sehr kontrovers sind, ist an sich eigentlich schon eine echt gute Filmkunst, muss ich sagen, und, ähm, das macht diesen Film, glaube ich, auch extrem besonders, also das ist kein Film, der wirklich von allen geliebt werden will, sowohl was die Erzählweise angeht, als auch die Leute und die Handlungen. Ja, und genau das fand ich irgendwie unglaublich erfrischend, weil ich hatte im Vorfeld, als der Film, äh, seine Premiere gefeiert hat, gab's ja diese Welle von Entrüstungen, von, das geht ja gar nicht und das ist kein Film, man sich angucken sollte, äh, politisch unkorrekt und dann hab ich ihn mir halt angeguckt und dachte mir, ich kann verstehen, dass man ihn so auffasst, aber ich fande, finde, dass der Sela da genügend Ebenen reingebaut hat, dass es eben nicht nur so ein, so ein blanker, äh, Skandalfilm ist, ich find, da steckt viel drin. Ja, auf jeden Fall, also ich finde auch, selbst wenn, also erstmal find ich schon mal interessant, dass die Figuren, ich nenn sie jetzt mal vorsichtig Antihelden, aber eigentlich sind sie nicht mal das, es sind einfach nicht diese super glatt geschliffenen, äh, Heldenfiguren, die man eigentlich aus so 90% der anderen Filme kennt, aber warum soll man nicht denen mal so über ihren Alltag und über ihren Werdegang schauen, äh, man, ich bin immer, ich denke immer, man, ich muss die nicht unbedingt gut finden, trotz alledem, ich meine, ja, die handeln unethisch, die haben auch nicht die perfekte Meinung, aber das fliegt denen ja auch um die Ohren, also man, man kriegt ja trotzdem mit, was die Reaktion darauf ist und je weiter der Film geht, desto mehr, ja, also ich finde, das, das ist vielleicht am Anfang so, am Ende, ähm, ist es fast eher Tarantino-esk, würde ich schon fast sagen, ähm, dass, dass die sich mit ihrer eigenen Einstellung eigentlich ständig auch selbst im Weg stehen, ähm, und die andere Seite wird ja überhaupt keinesfalls als die bessere oder schlechtere dargestellt, also da treffen ja eigentlich eine Menge Verkorkster-Figuren aufeinander. Ja, äh, und ich muss auch gestehen, ich bin, ich finde immer diesen Kritikpunkt, in dem Film gibt es keine sympathischen Figuren, finde ich immer ein bisschen affig, weil ich mir immer denke, ich will ja nicht unbedingt sympathische Figuren haben, ich möchte interessante Figuren haben. Genau. Und davon hat dieser Film halt echt eine Menge und ich bewundere es aber auch gleichzeitig, wie teilweise Rabiade mit ihnen umgeht, äh, bestes Beispiel dafür ist, ich weiß den Rollennamen gerade nicht, aber die Rolle, die Jennifer Carpenter spielt, was der, ich möchte ja nicht spoilern, aber was der Sailor da macht, das ist wirklich großartig, also ich habe mich lange nicht mehr dabei erwischt, dass ich wirklich da saß und dachte, okay, du hast mich, ich bin echt platt, was du gerade gemacht hast, ja. Ab da geht für mich der Film auch eigentlich so richtig los, also ich mag Filme, die auch so, äh, diese berühmt-berüchtigte, entschleunigte Erzählweise haben, ich kann mich da schon von Anfang an drauf einlassen, aber bei dem Film habe ich so ein bisschen drauf gewartet, so, okay, wann kommt jetzt dieser, dieser Kniff, der mich dann auch wirklich festhält und diese Figur von Jennifer Carpenter, die man bis zu einer gewissen Szene ja überhaupt nicht, ich glaube, da waren schon mindestens 30, 40 Minuten rum, da hat man die ja noch gar nicht wirklich, äh, gesehen und trotzdem nimmt der sich so übel viel Zeit, diesen Charakter vorzustellen und, äh, und, äh, auch noch, auch noch, auch noch, auch noch so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, kein 0815-Charakter, also sie hat, äh, extreme Züge, mentale Züge, mit denen man vielleicht auch nicht gerade rechnet in dem Moment und wie das alles eingeflochten wird in die Gesamtstory und wie schnell, sag ich mal, ähm, mit diesen Figuren gearbeitet wird im Nachhinein und auf welche Art und Weise, das fand ich so neu und überraschend und das schafft er halt immer wieder, das finde ich halt wirklich auch interessant. Ja, ich hatte auch das Gefühl, also wenn man, es gibt ja diese Feelgood-Filme, ja, gegen die ich an sich nichts habe, aber es gibt halt schon welche, wo ich mir denke, die sind mir dann zu, zu stumpf und auch zu manipulativ und ich glaube, dass dieser Drag the Cross Concrete so die absolute Gegenthese zu diesem Film ist, weil ich hab mich selten erwischt, dass ich mir nach dem Film nicht schlecht ging, aber wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, okay, hier hat wirklich ein Regisseur mit dem Werkzeug des Genres wirklich eine Aussage getroffen und die ist halt nicht besonders freundlich. Ja. Ja, also im Prinzip sagt der Film ja eigentlich aus, ja, sorry, wir sind alle gefickt, also um es ganz grob zu beschreiben. Ja, ich mag dieses, ich mag einfach, ich bin generell ein Fan von Filmen, die sich mit, mit Menschlichkeit beschäftigen und Menschlichkeit ist eben Unperfektion und das ist, hat eben dann auch mit, mit Charakteren zu tun und mit dem Charakter und der Einstellung von den Figuren und so und da ist der Film ja mal wirklich bis in die kleinste Nebenrolle gespickt mit super interessanten Figuren, über die, über jede dieser Figuren hätte ich gerne noch mehr erfahren, ehrlich gesagt und ich bin mindestens bei drei, vier Figuren, den hab ich auch echt gespannt gefolgt und ich war am Ende im Finale, nennen wir es mal Finale oder sogar Afterfinale, hab ich da wirklich gesessen und dachte so, ach, kommt schon, jetzt, jetzt kriegt's doch mal hin, versucht mal euren eigenen Stumpf, eure eigene Sturheit da zu überwinden oder was weiß ich und man schaut diesem Schaden immer weiter zu, es ist wie ein Unfall sozusagen, und ja, aber wenn du das erreichst und dazu noch erreichst, dass der Film kontrovers diskutiert wird, dann finde ich, hast du immer schon ganz, ganz viel geschafft. Ja, du hast ja schon erwähnt, Mel Gibson und Vince Vaughn sind nicht gerade Persönlichkeiten, die dafür bekannt sind, dass sie alle lieb haben, ja, Mel Gibson hatte in der Vergangenheit ja diverse Skandale und Vince Vaughn ist, glaube ich, steht offen dazu, Donald Trump gewählt zu haben, wenn ich mich recht erinnere. Wie hast du die beiden denn gefunden? Denn ich finde schon, dass der Film mit ihnen am meisten wirbt, weil es, naja, es sind auch die bekanntesten zwei Darsteller. Wie fandest du ihre Darstellung in dem Film? Also erstmal, um auf die beiden Schauspieler zurückzukommen, ich bin schon so eingestellt, ich würde vielleicht einem Mel Gibson nicht auf offener Straße die Hand geben zum Beispiel, okay, aber ich schaue mir trotzdem noch seine Filme an, weil, mein Gott, er hat jetzt, er hat Scheiße gebaut und wie gesagt, auch eine lockere Entschuldigung reicht er meiner Meinung nach nicht für aus, aber es ist immer noch sein Berufswerk, Schauspieler zu sein und das sehe ich bei Vince Vaughn auch so, mein Gott, hat er Donald Trump gewählt? Ja, würde ich ihn dafür auslachen? Ja, haben 50% oder mehr Donald Trump gewählt? Ja, also er ist vielleicht einer, der dazu steht und das ist meiner Meinung nach kein Fehler, ganz ehrlich, weil dann ist er vielleicht sogar einer noch von denen, die man bekehren sollte, bei anderen weiß man es nicht. Ja, wir könnten jetzt vielleicht auch jahrelang Chris Pratt und Jennifer Lawrence abfeiern und dann kommt irgendwann raus, die gehören im Kuckucksklan an. Keine Ahnung, weiß man noch nicht. Er hat den Fehler gemacht, das irgendwann mal erwähnt zu haben. Yes, nicht mein Lieblingstyp, aber mein Gott. Und schauspielerisch finde ich die beiden halt echt über allem erhaben in diesem Film. Die passen als Duo, wie die Faust aufs Auge. Ich glaube auch, dass da ganz viel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen filmromantisches Denken, aber ich glaube, da ist ganz viel persönliche Nähe zu den Charakteren in diesen beiden Figuren, die sie spielen. Klar, ganz typisch, Cops, das ist gut, das ist in Filmen nun mal so, das sind meistens solche Gestalten, aber es sind beides so abgehalfterte, Mel Gibson spielt diesen etwas abgehalfterten Typen, Vince Verne spielt den, ich will ihn jetzt nicht verkappten Gutmenschen nennen, aber der möchte, glaube ich, schon eigentlich ein, der, der mit seiner, mit seiner Ehe oder mit seiner, beziehungsweise Freundin und dem Leben, was er sich damit vorstellt, fängt er, glaube ich, so langsam an, sich ein bisschen für dieses gute Leben zu interessieren und ist, glaube ich, steht so ein bisschen dazwischen und dem tut auch mehr leid, was da geschehen ist und dem tut auch, der hat auch viel mehr Respekt vor dem, was da passieren könnte, lässt sich, glaube ich, auch einfacher manipulieren von Mel Gibson's Figur, aber die beiden zusammen, der Sarkasmus, diese ganze, diese ganze Unterhaltung, dieses Pseudoprofessionelle in Prozenten sprechen und was weiß ich, das machen die so super, also, ohne die beiden hätte der Film so nicht funktioniert. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde auch, dass, ich habe, glaube ich, Mel Gibson noch nie so gut gesehen als in Anführungszeichen ernsthaften Schauspieler, weil er wirkt auch wirklich so müde immer, ja, und so, wie so eine Kampfsau, wo du aber echt allein durch die Gestik merkst, er hat eigentlich keinen Bock mehr zu kämpfen, aber er muss halt, ja, ob es jetzt eben auf der Straße ist oder Bürokratie oder so, der wirkt einfach unglaublich zerfurcht und müde und ich, ich bin jetzt auch kein Mel Gibson-Fan, aber ich, ich habe auch nichts gegen ihn, also, Lifo Weapon, finde ich, ist einer der besten Actionreihen aller Zeiten und Mad Max 2 ist auch über alle, alles erhaben und ich gebe dir auch vollkommen recht, also, ich würde ihm jetzt, glaube ich, auch durch die Hand schütteln wollen, aber als Darsteller, finde ich, liefert er hier vielleicht, also, was heißt, vielleicht für mich eine seiner besten Leistungen ab. Auf jeden Fall, ich glaube auch, er hat so ein bisschen den Vorteil, einfach, dass das kein Film ist, der mit einer 200-Millionen-Dollar-Produktion bei Hollywood durch die Marketingstudios brettert, sondern, da hat er einfach weniger zu verlieren, kann sich mehr auf seine, auf das, was er selber gerade so durchmacht, was er ist und so konzentrieren, kann das mit in diese Rolle einfließen lassen und ich glaube einfach, das ist dem wie auf den Leib geschnitten, dieser Film. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, da hat der Sailor auch keine Sekunde an eine andere Figur gedacht, also, da bin ich mir fast sicher und du hast schon recht, Mel Gibson hat großartige Filme vorher auch gemacht, viel auch Overacting betrieben, aber ich mochte ihn schon immer und wenn ich Filme nicht gucken würde, nur weil ich die Leute nicht mag, dann hätte ich auch keinen Tom Cruise Film gucken dürfen und was weiß ich, also, da bin ich noch zu sehr Film-Fan und zu sehr auch interessiert an Kontroversität oder nennt man das so, keine Ahnung, ich finde das halt wirklich mega interessant, dass eben diese Figuren auch noch in diesem Film eine Rolle spielen. Aber warum darf man keine Tom Cruise Filme gucken? Ich meine, der Mann ist doch Täter und der will sehen. Ja, kennt man ja diese ganzen Scientologen-Geschichten und was weiß ich, was da war. Und diese Stunts langsam, ich fand immer, das war ein großartiger Schauspieler, aber der ist auch nur noch eine Selbstparodie von sich selbst, so ein bisschen. Aber trotzdem ein guter Typ in Filmen. Also, ich bereue doch jetzt nicht jeden Film, den ich in den 80ern oder 90ern gesehen habe, nur weil die Schauspieler vielleicht selber Kacke sind. Ich sage nur Woody Allen und Roman Polanski. Ja, ja. Ging es dir eigentlich auch so? Also, ich habe den recht früh gesehen, den Film, da hat er noch keine FSK-Freigabe und der hat ja wirklich brutale Szenen. Er kommt nicht ans Gewaltlevel von Bone Tomahawk und Brawl ran, aber er ist auch kein Film, der mit Gewalt spart. Also, es ist jetzt kein Schlachtfest, aber wenn es zu Gewalt kommt, ist diese Gewalt, finde ich, sehr deutlich, sehr kinetisch, sehr präsent und sehr unangenehm. Was sagst du denn dazu, dass die FSK mir jetzt an Cut eine 16er-Freigabe gegeben hat? Finde ich okay, ehrlich gesagt. Ich habe den Film auch nicht geguckt unter der Prämisse, puh, hoffentlich geht der jetzt wieder so krank ab wie Bone Tomahawk oder so. Ich fand, in einigen Momenten waren auch echt interessante Schnitte genau dann im Film, wenn diese Gewalt eskaliert ist und die ist ja wirklich nur in zwei, drei Momenten wurde es ja nur wirklich richtig brutal. Alles andere hat man auch schon mal irgendwo zumindest ähnlich gesehen. Ich fand, das war eine interessante Gewalt. Also, also eine, die man so vielleicht nicht erwartet hätte und hin und wieder hält die Kamera länger drauf, als sie vielleicht sollte und in anderen Momenten aber so gar nicht und man denkt sich seinen ganzen Teil dazu. Also, die Gewalt geht eigentlich mehr im Kopf noch ab, als das, was man eigentlich sieht und selbst das ist ja schon, sage ich mal, nicht ohne. Aber was ich jetzt so teilweise gelesen habe, so in den sozialen Medien und so von wegen Ultra-Gewalt und was weiß ich, habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen abgestumpft. Ich fand es hart, aber es ist einerseits hart, weil man so lange diesen, man hat eine Nähe zu diesen Figuren einfach entwickelt. Man will einfach nicht, dass denen passiert, was denen passiert und ja, wie ich schon sagte, es ist eine sehr kreative Art von Gewalt. Ja, geschockt war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich war schon geschockt bei einer Szene, die mit einem Babysöckchen zu tun hatte. Mehr will ich jetzt nicht beraten, du wirst wissen, was ich meine. Aber genau in dem Moment zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Versionen gibt, die ich geguckt habe, da wurde nicht viel gezeigt. Also das Finale siehst du halt nicht richtig, aber du siehst halt, was davor passiert, was ja auch schon sehr hart ist. Und ich war, was die Gewalt angeht, ich war da auch überrascht, weil ich dachte halt, dass er wirklich straight dieselbe Masche fährt, wie bei Bone Tomahawk. Und bei Bone Tomahawk, Achtung, kleiner Spoiler, gibt es ja am Ende diese Zweiteilung, nenne ich es mal. Und ich habe mir den Film damals angeguckt und dachte, okay, jetzt kommt der Schnitt. Und es kam einfach kein Schnitt. Ich dachte, was macht der denn noch? Ja? Das war ja wirklich Exzess. Und da war ich echt überrascht, weil ja auch, also Brawl hat auch diesen Exzess, sehr deutlich. Und deswegen war ich schon überrascht, positiv überrascht, dass er jetzt, wie gesagt, bei Drag the Cross Concrete diesen Exzess zwar durchaus hier und da auch mal einsetzt, aber ihn, ich hatte das Gefühl, er hat ihn irgendwie überlegter eingesetzt, effizienter. Sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob du gleich eh noch drauf zu sprechen kommen wolltest, aber ich sehe in dem Film echt viele Parallelen zu dem aktuellen Tarantino-Film. Oh, das klingt interessant. Bitte. Ja. Soll ich direkt, weil das passt ganz gut zu dieser einen Szene, was die Gewalt angeht. Ich finde nämlich, was man Once Upon a Time in Hollywood, was man lobt, vorwirft, wie auch immer man das nennen will, ist diese extrem langsame Erzählweise und man folgt eigentlich die ganze Zeit nur diesen Figuren. Die übrigens ja auch so ein bisschen an ihrer Zeit vorbei sind. Also so wie sich Vince Vaughn und Mel Gibson über Bioläden echauffieren und über die aktuelle Medienwelt, die Scheinheiligkeit und so, haben ja da DiCaprio und Pit mit der Hippie-Welt zu tun, damit, dass diese Macho-Rollen einfach nicht mehr ankommen in Hollywood und so weiter. Da sehe ich echt viele Parallelen und auch da wird ja eigentlich zwei Stunden lang, wenn nicht mehr, nur diesen Figuren gefolgt. Man sieht wirre Dialoge und was weiß ich, ich liebe das und auch diese ganzen kleinen Details und so und auch da wird ganz kurz so in der Mitte des Films, glaube ich, nur mal ganz kurz so eine Szene angeschnitten, wo so Gewalt angedeutet wird. Ja. Bis es dann am Ende halt eskaliert und das ist halt irgendwie, natürlich ist Dragged Across Concrete hat ja nicht ansatzweise die Ambitionen so zu sein, aber ich finde so von der Art und Weise folgen die schon extrem ähnlichen Schemen und das fand ich halt ganz interessant und so wie die Szene auf besagter Span Ranch bei dem neuen Tarantino finde ich eben ist diese Szene in der Bank mit dem Babysöckchen auch so eine Art Wecker, der sagt, ey Leute, lasst uns hier mal ruhig machen, wir nehmen uns auch die Zeit, aber da kommt schon noch was, nur lasst euch drauf ein und wir überraschen euch jetzt mal für einen Moment, damit ihr auch wirklich dranbleibt und genau das hat es bezweckt, in beiden Filmen hat es auch geklappt, meiner Meinung nach. Das ist ein wirklich interessanter Gedanke, den du da hast. Ja, hast recht. Stimmt. Also, jetzt wo du es sagst, finde ich, haben die wirklich große Ähnlichkeiten, die Filme, also die beiden Filme. Dragged hat jetzt nicht dieses, hat nicht dieses schwärmerische, dieses nostalgische hat er nicht, aber dafür glaube ich, geht Dragged mehr so ins gesellschaftliche, fast schon politische rein, mit dem, was er aussagen will. Ja, ja, auf jeden Fall, also gerade zum Ende hin wird der Tarantino auch wirklich ein viel, viel persönlicheres und fast schon Happy Endwerk im Gegensatz zu Drag the Cross Concrete, aber so vom Aufbau her, ich will jetzt gar nicht sagen, die Grundmessage ist dieselbe, aber die Figurenzeichnung und der Aufbau des Films, der Handlung, finde ich, der Dramaturgie, da sind die sich schon sehr, sehr ähnlich und auch so, was die musikalischen Untermalungen angeht, die geile Kameraführung bei Drag the Cross Concrete, fand ich, großartig, vor allen Dingen im Showdown, wo auch wenig geschnitten wird und man praktisch dabei ist, da sind die sich schon sehr ähnlich, also, das stimmt, Mensch, hast du bei mir richtigen Augenöffner gesorgt, vielen Dank, Gern geschehen, dafür bin ich ja hier, danke, du darfst nie wieder gehen, okay, hast du noch irgendwas zum Film, was du jetzt loswerden möchtest, weil ich hätte nichts mehr auf meiner Liste stehen, was ich noch sagen, was ich noch erwähnen wollen würde, wäre halt, dass wenn man auf, wenn man auf Schauspielerkino steht, wenn man auf sehr geile Dialoge steht, also ich habe es ja kurz erwähnt, dieses In-Prozenten-Denken, finde ich, fand ich großartig, auch dass keiner der beiden das hinterfragt, die kennen sich schon jahrelang, die reden einfach nur noch so miteinander, dann gibt es so kleinere Wiederholungen, die finde ich auch ganz, ganz großartig, also sei es jetzt diese Szene, wo die da nachts durchfahren und der Typ sagt so, Vorsicht, Kühlschrank, Opossum, tote Ratte, da wird so voll analysiert, von den Kriminellen wird analysiert, was da links und rechts liegt und die Cops machen das fünf Minuten später exakt genauso, da gibt es halt immer so kleine Szenen, die feiere ich einfach ab, weil die so, die sind halt frisch, die sind anders, die würden jetzt in einem Fast and the Furious oder in einem Marvel-Film so nicht auftauchen und ja, also ich finde, der Sailor ist ein sehr, sehr geiler Geschichtenerzähler und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch von ihm kommt. Ja, da kann ich nur beipflichten. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Du kannst Punkte vergeben, 0 bis 5 Babysöckchen, ja, ja, und vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch sagen, ob du, ob es eine bestimmte Zuschauergruppe gibt, die für Drag-to-Cross-Concrete vielleicht besonders geeignet wäre. Okay, dann fangen wir mal mit den Zuschauern an. Ich glaube, wenn man einen Actioner erwartet, a la The Raid oder Stirb Langsam oder was auch ich, was weiß ich, dann ist man, glaube ich, ein wenig enttäuscht, weil das ist kein Buddy-Cop-Movie oder sowas, auch wenn es, wenn die beiden Figuren den Film eindeutig tragen, dafür ist er zu, Thriller-mäßig vielleicht sogar. Dazu bringen die Figuren selber zu viel eigene Story und Drama mit. Ich würde den eher in so die Schiene Nocturnal Animals schieben oder so Fincher-Movies vielleicht. Ich, ja, in so eine Richtung würde ich den eher schieben und wer aber auf so Kuriositäten steht, vielleicht auch, wer auch auf Tarantino-Movies steht, ich glaube, dem gefällt dieser Film absolut. Wer auf die anderen Sailor-Filme stand, dem wird der Film sehr gut gefallen. Ich habe Brawl in Cellblock 99 noch nicht gesehen, deswegen kann ich es da nicht sagen, aber man muss sich, glaube ich, schon ein wenig Geduld mitbringen, was die Erzählweise angeht, sonst funktioniert es nicht. Das war aber auch bei Bone Tomahawk schon der Fall und deswegen würde ich sagen, ich selber würde ihm sogar vier von fünf geben, allein schon wegen der Darsteller und wegen der Erzählweise, weil ich persönlich einfach exakt auf sowas stehe und viel zu lange gewartet habe, mir den Film anzugucken. Der durchschnittliche Zuschauermarkt mag vielleicht eher drei von fünf geben wegen dieser Dinge, weil eben nicht jedermann auf diese Erzählweise, auf diese Dialoge und so steht, aber dann seid vorher lieber vorsichtig und erwartet da keinen Actioner, wo ständig nur geballert wird, weil mehr Gipsen dabei ist oder was weiß ich, sondern das ist wirklich auch Schauspieler-Kino und da muss man sich schon drauf einlassen können. Ja, ich danke dir, du hast nämlich im Prinzip genau das gesagt, was ich auch sagen wollte, nur nicht ganz so professionell. Ich gebe auch vier von fünf Babysöckchen, das heißt, zweimal Empfehlung von uns für Drag-to-Cross-Concrete, verdammt, jetzt nur einmal zum Schluss, das ist doch falsch genommen. Das heißt, ein sehr sehensweiter Film. Auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, ich hoffe, wir haben in Zukunft nochmal die Gelegenheit zu podcasten und dass du dich eben beim Teleshop-Tisch einlebst und einplauderst. Ich sage damit Tschüss und überlasse dir die letzten Worte. Alles klar, ich danke dir auch, danke für die Einladung dabei zu sein und ja, ich würde mich freuen natürlich, wenn wir noch häufiger über Filme quatschen und ja, bin einfach happy dabei zu sein und demnächst gibt es dann mehr. Applaus